So, da leh. Ema's Story. Geht weiter. Wieder ein Punkt. Drei Möglichkeiten. Tor eins. Wir gehen weiter nach. Wie immer nach links. War schon wieder knapp mit der Tür, ne? Ja, ich hab ja gesagt, ich hab da meine Probleme. So geschmeidig machen. Uuh, das kennen wir doch. Ja, das kennen wir doch. Ja, das kennen wir doch. Muss ich wieder anzünden? Mit der Zünderboxes, falls man zweimal verfehlt, hat man jetzt zweimal die Möglichkeit das Ding anzuzünden. Heute habe ich mit dem Brasenball für Roboter. Das ist sicherlich mein Masterpiece. Aber wenn ich ihn öffnete, um ihn zu zeigen, hat er mich innen lockt den Hedge und die Zünderboxen unter schlugte. Ich schlugte langsam, schlugte für eine Stunde, bevor ich sterbe. Ich finde es cool, dass du das noch schreiben konntest, nachdem er tot war. Das ist die Kunst. Bisschen Trinke sieben. Drennen. Es ist bestimmt auch von oben warm. Du bist drin. Hallo? Hä? Ich würde das nicht wussten. Ist da noch jemand? Drennen. Halt die Klappe öffnen? Ja. Ja. Du weißt, was es heißt. Keine Klappe. Bis du zurück bist. Das ist die Hitze, die unten unter ist. Nee. Ich dachte, das ist, weil hier keine Luft reinkommt. Das könnte auch sein. Cooler Rückblick. Habe ich jetzt irgendwas am Herzen? Nö. Geh dazu, du Arsch. Teil eines Bohrers. Sehr schön. Ist aber sehr aufgebaut. Geht hier nicht ganz drauf? Ne. Es ist genauso aufgebaut, wie Amnesia selbst mit den Folterkammern jetzt. Jetzt fehlt nur noch die, äh... Was hat man noch? Eiserne Jungfrau. Genau. Und der, äh, das Fehlen. Also der Fahrer, oft gefehlt wäre. Den auch. Ne, weiß nicht. Oh, da sind ja Mitte Deutschsägen. Genau, das fehlen wir noch. Auf jeden Fall haben wir hier... Glas. Das sah echt so aus, wie etwas, was ich, ähm, aufnehmen konnte. Ja. Ich habe mich gerade erschreckt. Das ist die Zeit. Das sieht nach diesen Aufsägen aus, ne? Shit happens. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist klar, dass das lehwerkisch muss mit, oder? Nein, das ist die... Doch. Guck mal, das ist sogar... Wenn das Theater losgeht, das ist in der ersten Reihe direkt. Ja, das ist das mit dem. Bei having mercy on a test subject, Robert punished me by trying me upside down by the feet in the wooden wreck. Two of his mindless spirits precedes the saw me in half vertically until the saw caught in my pelvis bone. Das ist Steißbein, ne? Pelvis... Pelvis bone? Ich mein schon. Penisknochen. Das ist ein Penisknochen, genau. Ähm, because I was upside down, the blood rushed to my head and it took longer for me to bleed to death. Bitch. Nach der Theorie wirst du jetzt ein bisschen auch wieder eine Sequenz bekommen, oder? Ja. Cool. Guck mal noch, kannst du nach oben gucken? So auf deinem... Ja. Korrekt. Das wollte ich mir eigentlich so am wenigsten vorstellen von allen Foltermethoden, aber... Ja, wohl das Fällen, das wird glaub ich mal ein bisschen schlimmer, oder? Aber nur so krieg ich... noch einen... Teil eines Bosses. Teil eines Bosses. Was guckt ihr mir zu? Ich bin ein Mädchen. Das macht man nicht, das ist frech. Hey, ich weiß das wirklich nicht. Das ist doch so. Kann ich die hier schon zusammenbauen. And two pieces to drill. Bleibt uns nur... Du gehst natürlich zurück. Kann ich die hier einfach nur neulich? Das war... mein... finally... Okay, quatsch. Quatsch. Hmm? Hm? Hm? Ja. Da einmal? Ich denke, hier ist noch Folterigkeit. Folterigkeit. Also in der Fall, ne? Oh ja. Sehr schön. Being trapped down here... Oh, die könnt ihr selber lesen. Ich lese ja nur die. Kommt die auch? Ja. Ja. Never I seen or experienced something more horrible than the Iron Maiden. Iron Maiden? Once locked inside, I had virtually no room to move. I've accidentally shuddered or twitched, one of the pikes would impale me. Not deep enough to kill, of course, but the resulting pain would cause me to the... inadvertently move again, thus contouring the process. Until I eventually died of blood loss. A nice death. Steck mich mal rein. Musst du ja irgendwie schichlich raus? Ich schon? Nein, nein, du musst... Geh mal aus dem Raum raus. Okay, nicht. Geh mal aus dem Raum raus. Toll. Jetzt legt er sich hin, oder? Ich jetzt... Ne, alles ist gut. Zum Glück. Jetzt kannst du ja irgendwie mit der Kulia, oder? Ein kleiner Tischlabor. Wie immer. Hier links aber noch ein Raum. Ich geh mal direkt mal outchecken. Soll ich den nur lieber reinbeziehen, dann? Ein kleiner Tischlabor. Wie immer. Wie immer du hier? Wie immer. Wie immer? Wie immer? Wie immer? Wie immer? Wie immer? Wie immer? Ich gehe mit diesem filingherz da hin. Du, ich bin der letzte Sامmer. Warte, ich denke, das... Du jetzt ja erlieござ… Hier ist schön, dass du die Tür... Du be gefragtest? Jaa. Du kommerst dann bestimmt gleich wieder auf die Schläche... Das lese ich nämlich zum Schluss, ich bin nämlich so ein Fuchs. Ich würde sagen, du bist ein tiefiger Kerlchen. Na geil. Darum hoch. Jetzt aber... Also jetzt war fehlt, ich hätte dich echt auf die Reservenbank geschickt. Dann hätte ich das ganze Video nochmal neu gemacht. Ich glaube, ich kann schon der 50. Versuch aber... People scream back. Pathetic. So, weißt du, ob du wieder in eine schöne Szene kommst, oder? Was hab ich denn da jetzt gefunden? Nix. Tischlabor. Hast du den aber schon genutzt, oder? Pass mal. Ne, der ist wieder weg. Den Key. In den Laboratories. L-Liberatory. Ich liebe das amerikanische Englisch. Purple. 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 Es ist Purple. Es ist Purple. Es ist Purple. Es ist Purple. Aquamarine. Von der Seite bin ich leider nicht... Die Blau Aquamarine. Es ist Purple. Die Key-S die restet werden, um es Pretzels zu benutzen. P... Purple. Es ist mit Öl. Was machst du denn? Ah, Brennstoff für Laterne. Du kannst aber das Öl abfüllen und eventuell die Füße mit Öl machen, die sich geschmeidiger. Aber wieso habe ich hier eins und da eins? Na egal. Aber das eine war ein großer Ölvorrat. Schattimmt. Ich glaube schon, dass das Öl erfüllen Schüssel gut ist. Ja. Keine Ahnung, das ist ja... brauchst du schon ins Mittelöl. Musste ich in den Maschinen ran, ne? Ich zieh's ja in den oder? Maschinen ran. Sehr coole Story, ey. Hier runter, ne? Rechts. Können wir die Musik nicht irgendwie... Ja. Scheiße, ich hoffe. So, jetzt geht's wieder weiter. Welche Tassen zurück? Die Musik nervt. Du hast hier bloß ins Hemd. Wir haben schon wieder länger keins gefunden, ne? Wir haben schon Ewigkeiten kein Hemd mehr gefunden. Das sollte nicht mehr so gruselig sein. Ja, das stimmt mir jetzt schon ein bisschen drauf, ne? Oder wir hätten es jetzt im großen Vorrat haben müssen, der groß genug ist, ne? Genau, hier habe ich ja das Öl aufgedreht. Also es tropft nicht mehr, es tropft nicht. Es tropft, es tropft. Ja, das ist schon voll. Boah, da hast du hier so einen richtig smoothen Key. Und jetzt werden wieder Leichenstücke runter. Schöne. Boah, ich kann diese... Du bringst mich auch auf Ideen, Philipp. Ja, ich weiß nicht, das ist eine totale Ablenkung hier. Eigentlich bin ich auch nur Accessoire hier. Ich renne wieder voll in die falsche Richtung. Liberatory. Wir haben schon ziemlich früh. Was? Was für Döds, wir haben schon wieder ziemlich früh. Ja? Ja. Jetzt, wie du sagst. Ach ja. Ja, das ist gut. Tinderbox. Tinderbox. So ein paar Ritter. So ein paar Ritter. Arme. Korrekt. Punkt zurück in der Ritter. M1, zwei, drei Räume. Und deine Notiz. Und der rechts ist wieder Öl. Was war das? Was war das? Was war das? Ich habe nichts zu machen. Natürlich. Das kommt auf mich zu. Guck mal, Ritter der Kokos, das sind die Beine von dem schwarzen Ritter, von Ritter der Kokos. Das sind schon wieder die. Ah, die sind hier mehr auf der Schicht. Wo ihr seid, aber... Das wäre Key Around Somewhere. Der ist jetzt offen, ne? Was? Bringt ja eh nix. Lesen, 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 lesen. Fleißig. Tinderbox. Ich komm da nicht dran. Geht doch. Anscheinend haben wir jetzt einen guten Überschluss an Tinderbox. Überfolgt mich. Ich hab dir halt was geholt. Kann man eigentlich die Flasche damit bedecken? Nee, das ist unten rum. Nicht so. Du bist zu kreativ. Ja, ich weiß. Das Spiel... Da ist er doch. Immer da, wo man zuerst kommt. An der offensichtlichsten Stelle. Wir sind weg. Ne, ne, ne. Klar war das die. Klar war das die. Ich hab keine Orientierungslosigkeit. Ich hab jetzt genug.